Musik So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer anderen Folge Let's Play Star Trek Armada 3 So, letzte Folge haben wir ja ein bisschen aufgerüstet und wir wollten ja jetzt die Dreadnought Werft bauen Los, Tritanium Jetzt bauen wir die auch Denn wir möchten ja gerne den Dreadnought Dazu brauchen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen was, richtig? Ja, Capital Ship und 150, okay, da müssen wir noch ein bisschen was in die Forschung investieren So, brauchen wir das einmal und das einmal Das haben wir gleich zusammen, dann holen wir uns das und dann sparen wir jetzt auf das, das wird ein bisschen teurer So, ich schätze mal, ja, das dürfte dann reichen Ah, okay, jetzt haben wir hier auch fünfte Feinds, gut Wer hat das mit den Romulanern, da halten wir aufrecht, ich möchte nämlich wissen, was hier abgeht bei denen Also, ich glaube, es könnte dann doch eine Schlacht werden mit denen Ich hoffe, dass wir sie gewinnen Verteidigungsmäßig sieht's ja gar nicht mehr Flottenmäßig sind wir Zweiter, ich glaube, da haben uns die Romulaner überholt Verteidigung erster Flottenausbau beginnt ja bei uns noch Von daher sehe ich das eigentlich auch ganz gut Ah, Tritannium ist gerade unser Problem Kind Sollten wir uns mal drum kümmern Haben die Romulaner hier irgendwo Felder oder so, die wir einnehmen könnten? Wäre ja vielleicht ganz praktisch Okay, das ist noch Cardi-Territorium Aber ich glaube, die haben nicht mehr viel Äh, ne Das haben sie nicht Okay Dann sollten wir uns bald auch mal drum kümmern Vielleicht doch mal langsam Angriff zu starten Frage ist, wo greifen wir zuerst an? Sicher wäre es ja, wenn wir hier hinfliegen Und zum Beispiel jetzt sagen, der Arm hier, den holen wir uns zuerst Äh, wäre glaube ich am sichersten Das gerade mal so überlegen darf Aber ich möchte auch nicht angreifen Ich warte noch auf den Dreadnought Wir sollten aber uns trotzdem langsam in die Richtung hier bewegen Äh, wenn wir braßen, brauchen wir die Ressourcen Wenn wir jetzt sagen wir mal hier das haben Haben die immer noch zwei Die Cardi sind noch da Das heißt, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht Jetzt mit den Romulanern den Krieg zu ziehen Denn die Cardis sind auch noch da, die die beschäftigen Von daher sollte das ganz gut klappen So Hätten wir jetzt für den Dreadnought eigentlich alles zusammen Jetzt möchte ich noch die Waffenforschung zu Ende bringen Ah, ich weiß nicht Warten wir auf den Dreadnought Oder gehen wir jetzt schon drauf los Hier ist gerade so Toto Ja, kommt Scheiß drauf Okay So Ja, ich weiß nicht, ob wir der Flotte der Romulaner gewachsen sind Aber das werden wir ja sehen Entweder fliegen wir jetzt gleich so auf die Nase Oder wir schaffen es Die Romulaner konzentrieren mich in Angriff gerade hier Und das gefällt mir Obwohl, die haben wirklich eine echt riesige Flotte Keine Ahnung Keine Ahnung, was hier los ist Die fliegen aber wirklich alle gerade hier hin Warte mal Wieso fliegt Donatra Ah, ich glaube, die haben mitbekommen, was ich vorhabe Scheiße Das könnte jetzt nichts Gutes für uns heißen Die schicken gerade nur ein paar Schiffe wieder zurück Ich weiß nicht, ob die gemerkt haben, was hier vor sich geht Es könnte jetzt sehr interessant werden Werden wir ja gleich sehen, schätze ich mal Ich gehe gleich auf Warp So Red North Wir wollen die Polaris Da 1, 2, 7, 5 Haben wir schon 1, 2 noch Tritanium 9, 5 Dann haben wir es Okay Hallo Romulaner Die schicken nicht alle zurück Die schicken nicht alle zurück Es gefällt denen, glaube ich, nicht, was wir jetzt hier machen Nein, das gefällt denen auch nicht Das ist mir sowieso egal, ob denen das gefällt oder nicht Lass mich aber gerade wirklich nicht aus der Ruhe bringen Gut, mir ist das egal Also ich hoffe, erst die Cardis, wie gesagt, noch gerade ordentlich was machen Hallo Mal gucken, ob wir es schaffen Bin sehr gespannt Geil So Credits haben Haben wir gleich Puh So, wie lange noch Aha, okay Ich weiß nicht, ob wir es schaffen Auf jeden Fall sieht ihre Legends hier nicht so gut aus Oh, die Trade Alliance biete ich ihnen trotzdem nochmal an Vielleicht nehmen sie sie ja an Wer weiß Wer immerhin Allianz Gibt Geld 30 Sekunden noch, Leute Dann geht die Schlacht los Gucken wir was schaffen So, jetzt haben wir auf jeden Fall gerade die Kohle für den Dreadnought Wo bist du? Da ist die Werft Hallo Polaris Sehr schön Jetzt gehen wir noch auf die Waffenforschung Die ist jetzt wirklich Hauptziel Die Phaser-Kanone noch einmal hoch Und dann die Torpedos und so weiter Komm, komm, komm Okay, es geht los Es geht los Alle, die Planeten bombardieren können Der Krieg hat begonnen Ich biete ihnen mal trotzdem die Trade Alliance an Ich finde das nämlich lustig, wenn die die annehmen würden Aber Ne, glaube ich nicht So, da stürzen wir jetzt mal euer Einkommen, Romulana Mal gespannt, ob das so funktioniert Jetzt gehen wir erst mal auf die Quantentoppedos Die sind doch, glaube ich, wichtiger Okay, die nehme ich an Immer mehr auch schon nicht Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass die Romulana Angst haben Ich glaube, die wissen, dass wir die platt machen könnten, wenn wir wollten Trade Forum Listening Post Die müssen wir gleich kaputt machen Weil erst mal der Planet Ich glaube, der liebt mir nicht mehr lange Doch, das habe ich ja angenommen, Romulana Alles gut Und doch alle Freunde So Und das war schon mal der erste Planet Oh, oh Heißt das die Romulanische Flotte ist unterwegs? Ich weiß ja nicht Jäger Das heißt, die Romulanische Flotte kommt gerade hierher Au Okay, jetzt kommt es drauf an, was jetzt hier geschieht Das wird interessant All power to weapons All power to weapons Target their primary systems All power to weapons Target their primary systems Ready phasers and quantum torpedoes Ready phasers and quantum torpedoes So Ready phasers and quantum torpedoes Okay Helm, new course heading Engines to full Jetzt müssen wir sie platt machen Denn die Power Shiver King War jetzt kaputt Weil ich habe keinen Bock Wenn jetzt hier gleich die ganze Romulanische Flotte Und da überhaupt geht Äh, ich glaube, das sieht ja nicht mehr so schön aus Für uns So haben wir die Chance Diese kleine Flotte schon mal zu zerballern Ach ja, halt die Kusche So Ah, zieht ihr euch zurück? All power to weapons Mal gucken, was jetzt hier abgeht Wie weit bist du? Naja Könnte schneller gehen Wir brauchen jetzt eindeutig mehr Schiffe Wo ich eigentlich auch gerne die Starbase bauen würde Ich weiß ja nicht Hm Guck grad Akira-Klassen wären jetzt eigentlich noch ganz gut Ja, mal gucken All sections report All power to weapons Ach du je Los jetzt Greif sie am All power to engines Target their primary systems Uuuuuh So Jetzt geht der Spaß los Die tun uns aber grad ganz schön auf die Fresse dauer, ne? Kann das sein Oh, Sisbo ist weg Scheiße Okay, das hab ich jetzt nicht vorausgesehen Das ist so dolle Schaden Aua Uuuuhuhu Uhuhuhu Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Das ist gar nicht gut Uhuhuhu Ganz und gar nicht gut Okay, wir kümmern uns schon mal um eine neue Flotte würde ich sagen Denn die machen uns gerade in den Arsch So, wie viele Schiffe haben wir jetzt hier? Ein Akira Ein Akira Zwei Akiras Ne, drei Akiras Und den Tretanaut Äh, vier, fünf Alter Die Romulaner sind nicht normal Haben wir jetzt wegen Zäder ins Jenseits geschickt? Ja, haben wir Okay, ein bisschen was könnten wir noch heißen Engage Target Engage Target Engage Target Lock Phasers Lock Phasers Lock Phasers Fire at will Fire at will Fire at will Cool, oder wie? Das... Tut gerade weh Tut gerade weh Mach die Romulaner-Schiffe kaputt So Das war's dann auch Wow, wir schaffen es ernsthaft gerade die Romulaner zu zerschlagen Das fasziniert mich doch gerade so ein bisschen Die meisten Capital Chips haben von denen jetzt schon gut nachgesagt Finde ich sehr toll Wir haben bis jetzt glaube ich nur Cisco verloren, ne? Glaube ja Gut, dann fliegt ihr jetzt bitte auch hier hoch So Fünf Akiras waren da Hätte ich noch gern fünf Excelsior Klassen So Los, auf ihre Capital Chips Lock Phasers Lock Phasers Lock Phasers Research Complete Ich werde die einfach aufhören, so endlich für die Schiffe zu spammen Ich wäre sehr lieb von denen Was ist los, Romulaner, ne? Jetzt fliehen sie, jetzt fliehen sie Faszinierend dämlich Schon faszinierend dämlich Ich bin gerade super stolze Runde, Flotte, wenn ich ehrlich bin Das ist der Hammer gerade, was wir hier ableisten Das ist der Hammer gerade, was wir hier aufhören Aufhalten Voll So Ich weiß, ihr braucht Unterstützung Ich gebe gerade alles, um das hinzubekommen Excelsior Kurs hier hoch Ah, ich baue jetzt glaube ich hier schon wieder Das ist gerade am nächsten für uns Du bekommst noch eins, weil ich brauch das gerade Ah, Cisco ist gerade wieder gekommen Sehr schön Zieht euch mal zurück, Romulaner Das ist wahrscheinlich das Beste für euch So viel Schiffe, wie ihr gerade verloren habt Oh, ich könnte mir den Sehr schön Sehr, sehr schön Das 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 So Dann hätte ich gerne hier noch Du kolonisierst den jetzt bitte einmal Okay Aber ansonsten sieht es ganz gut aus Die sind unterwegs Der Feind bitte einmal mit da hoch Ihr fliegt da hoch, du fliegst auch mal da hoch So, Romulaner Jetzt werden wir ja sehen, wer hier noch im längeren Hebel sitzt Na, brauchen wir ja keine Battleschips Das Wie soll ich die Ambassador denn jetzt bitte kolonisiert? Wie sollst du ihn kolonisieren, Ambassador? Das habe ich dir gerade schon mal gesagt. Hast du gerade Flottenführung? Ja, ist er. Ich glaube ernsthaft, wir haben gerade die komplette romulanische Flotte vernichtet. Oder die Hauptteil der Flotte. So. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr sogar. Ja, die zwei hauen ab. Wow, das überrascht mich gerade. Aber wie es weitergeht, Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.